also gut freunde willkommen zurück und wie versprochen geht es von ihr haus von hier aus nun weiter und zwar war ja genau da haben wir quasi die geheimgang entdeckt wer ist aber jetzt hier meternight ist glaube ich ganz nett ist was heißt ganz nett ist sehr gut aber ich habe ihn gespielt kommt aber macht nichts aber mit hat ist auch nur ein weiterer kämpfer den wir beiseite schieben müssen damit es weiter geht in unserem abenteuer auf super smash bros ultimate den wird es wissen Gehen wir ins Wissen. Dieser Meta Knight. Kannst du langsam machen, tschau. Das ist ein Geheimnis. Meta Knight oder Meta Knight. Haben wir jetzt auch im Gepäck. Und in die andere Seite geht es jetzt weiter. Ich bin... Legit. Keine Ahnung, wie es weiter geht. Warte mal, ist die auch... Ja, hier ist auch ein Geheimweg. Wir haben einen Legendary Link. The Legend of Zelda. Ah, da bin ich wieder. Guck mal. Es gibt so manche Sachen. Ich verstehe dich nicht. Ich drücke auf... Ich drücke auf... Schützen oder Schützen. Ich... Drehe mich um. Er dreht es nicht um. Es muss alles 1 A funktionieren, du. Du. Oh, wir gegen Link gewinnen. So. Ernsthaft. Oh. Das reicht doch noch nicht aus. Der hat keine 100%. Bei 100% würde der explodieren. Oh, oh. Oh, oh. Oh, man. Dieser Young Link. Der ist ein junger Bursche und Flink, du. Das sage ich dir. Der ist ein junger Bursche und Flink. Zeige. Der hat Riddly-meister vorgeschraubt! mit drei starten wir kommen gerade richtig gute geister mails eine richtig gute sogar aber warte mal da ist ein kämpfer noch da ist jetzt noch ein kämpfer aber ich nicht alle aus der legend of zelda luigi oh yeah oh mein gott luigi einfach luigi oha jungen da rausgeboxt wie geil ist der luigi muss auf jeden fall spielen bei dem mar oder luigi für luigi fanboy bin ich ehrlich der ist so cool einfach der ist so cool und zwar beschweren beschweren jeder es gibt kein waluigi ist kein waluigi smash walu sollte man als kämpfer als kämpfer als helfer trug gibt es ja aber viele sagen er sollte man als kämpfer kommen ich sage ganz easy luigi hat das luigi hat das filmen baum hier haben wir waluigi fertig freunde genau das ist es jetzt haben wir waluigi oh ja maa ole wie das leidet der ist einfach so cool so der ist einfach so cool luigi jetzt okay wer bowser dient dem soll zu folgen okay wer ist hier lakete und starten taugnuss boah jetzt ist die frage lakete the legend gibt es so lange dient der bowser oder dient der bowser nicht ich weiß mal ob der von doch der ist sicher von super margoland glaube ich von super nintendo damals aber ich gehe einfach mal hier und jetzt merci ich zu Oh nee, massenweise geht nicht. Oooooooh, maaau. Kommt mal alle ran. Hallo, EG-Time. Du bist jetzt so witzig. Raus mit euch. Kommt ab so vor, als würdest du ein bisschen langen, Freunde. Okay, ich weiß, ob es euch auch so ist. Aber sorry, falls es so ist. Hast du deine Ulti? Oh, Rage. Okay. Ist auf Zeit? Ja. Oder? Kommt hier nur so vor. Raus mit dir. Luigi ist so witzig. So. Damals war ich... Nice. Damals auf der Gamescom, ich glaube vor zwei, drei Jahren oder so. Als alle erst mal auf der Gamescom war, da wurde auf dem Nintendo Stand, wurden T-Shirts verteilt. Beziehungsweise ins Publikum geschmissen. Und ja, der, der das fängt, dem gehört es. Und wir haben damals Luigi's Mansion zwei T-Shirts rausgehauen. Okay. Ich stand so vorne, links von mir ein paar Kids. Rechts von mir auch. Ich stand da, okay. Ich schmeiß ein T-Shirt. Ich sehe ein T-Shirt. Komm, ich aktiviere mein Schadding an. Ich sehe, es fliegt an mir links vorbei zu einem Kind. Oder zu der Hand. Nein, es war legit ein Kind. Ich dachte mir, nein, jetzt oder nicht. Ist meine Chance. Ein Kind greift es auf und ich war größer als das Kind. Ich mache so. Boom! Ich ziehe jetzt sie runter und schau. Mein T-Shirt. Hahaha. Ja, war fies, aber es war meine Chance. Der Subrom... Was? Der Subrom-Armee, wahrer Führer, leigt dich zum Ziel. Subrom-Armee, wahrer Führer aus der Wii. Warte, warte. Ich muss jetzt wissen. Master Giant. Wer war's nun, Mann? Ne, der nicht. Master Giant kenne ich. Nein, der auch nicht. Ich glaube, Master Giant war es. Tabu? Wohin? Ne, ich sag mir gar nichts. Das gehört nicht zu Subrom-Armee. Subrom-Armee denkt mich, das ist schon mein aus der Wii, ne? Wo alter Minister. Oh. Entweder der, oder dieser Master Giant. Der oder der Minister. Einer von den beiden. Es war übel gruselig, gegen ihn zu kämpfen. Hey. 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 Die vielen Fortune? Wer ist jetzt so heilsüchtig? ganz easy mit drei leden wieder stirbt jetzt bin ich gespannt entweder der was oder dieser uhr der minister weil beide sagen mir was von der zubraue bisher sollt es da gewesen sein bildschirm kopfstand bitte nicht so eine geile zeit damals bin aus der schule rausgegangen hat mir die super special suite direkt geholt aus dem saturn damal es war so cool oh mein gott rob die endscene hat auch glaub ich irgendwas mit rob zu tun wenn ich mich gerade erinnern mir geht es doch aber die patch mich halt richtig Okay. nein nein das akzeptiere ich nicht das akzeptiere ich nicht diesen viel zu sehr eskaliert die sind viel zu sehr eskaliert dass das akzeptiere ich nicht besparen respekt bitte nein alle die Warum es fehlen die Guts so? Kommt alle. Was habt ihr davon? Woll? Warum ist so ein schwacher Stern? Kein Sinn. Wer soll es auch gewesen sein? Let's go! Was? Was? Der Supremarmee wahre Führer. Hä? Welche Supremarmee? Meinen die irgendeine andere Reihe oder was? Meinen die irgendeine andere Reihe? Das kann es nicht sein. Tabu? War der der wahre Führer? Kann es echt aus der Super Smash Bros. Reihe? Oder haben die jetzt jeden in die Super Smash Bros. Reihe geklatscht? Nee, die ist von Bayonet. Supremarmee. Bayonet habe ich nie gespielt. Keine Ahnung, ob das Suprem irgendwas hat. Aber ich schätze mal, das ist irgendwas mit der Super Smash Bros. Reihe. Ey, jetzt hör auf mit der Kacke. Ich bitte dich. Ich kann mich echt daran nicht erinnern, diesen Geist, der hier gerade war. Sie hat mich kurz zu Tode gekickt. Sie hat mich kurz zu Tode gekickt. Komisch, ich kann mich echt daran erinnern. War das der wahre Leader von Suprem? Das sah mir schon irgendwie aus wie Smash, aber dann dachte ich wegen Bayonetta, dass es irgendjemand von Bayonetta ist. Wie der sein Feuerball wird, so hier nimmt, zack. Krass. Legendary auch noch. Oh mein Gott. Ich habe jetzt nicht geschaut, was genau das macht. Ja, da machst du echt der. Ey, krass. Das hatte ich echt nicht mehr im Kopf. Was geht? Hallo? Stopp, 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 stopp. Es ist der allerletzte Gegner. Sind wir gerade im Finale? Glaube nicht, oder? Sie angefissen hoch. Ich muss das mal vorbereiten. Ah, dann nehmen wir aber auf jeden Fall jemanden, mit dem wir gut umgehen können. Ich weiß nicht, ob es das Finale ist, oder nicht. Keine Ahnung. Nehmen wir Ridley auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Was hier jetzt abgeht. Hä? Ne, das ist niemals ein Gegner. Hä, warte mal. Verwechsle ich gerade irgendwas? Sind wir wieder in einer Dungeon? Seit ein paar Parts. Sind wir seit ein paar Parts in einer Dungeon? Ich dachte, wir werden jetzt so quasi im... Wer bist du? Alter, wie gruselig. Wie gruselig. Wer ist das? Max, lass mich in Ruhe. Max, lass mich in Ruhe. Wie gruselig. Max, lass mich in Ruhe, Max. Max, lass mich in Ruhe, Max. Guck mal. Nein. Was? dieser max max ist gruselig keine ahnung woher max ist aber max ist gruselig das sag ich dir max ist gruselig keine ahnung wo er ist aber er ist gruselig und ich hab sogar noch das gefühl dass es danach weiter geht also dass sich verwandelt der ist gruselig wer hat den werten entwickelt der ist nicht vom körbe oder so oder es geht bestimmt noch weiter das war nicht alles oder max 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 wer ist max wer bist du warte mal warte mal sind wir grad die ganze in der dungeon ich dachte wir sind im letzten teil von dem anders wir waren echt in der dungeon was jetzt oh oh es ist böse im bruch das auge das okay fertig freunde im nächsten part geht es weiter das sollte eigentlich der end boss sein ich weiß es nicht ich bin einfach nur gespannt auf den nächsten part wir sehen uns das nächste mal bis